Schieß dem Gegner in die Fresse rein, egal ob jung, ob alt, ob groß, ob klein. Du kannst flamen, du kannst wein, dann schieß ich dir am besten noch ne Kugel rein. Schieß dem Gegner in die Fresse rein, sagt der Counter zu dem Terrorschwein. Der Gegner soll bluten, soll krepieren, jede seiner Runden verlieren. Welches Team? Welches Team? Ja, Anti! Hold your fire, hold your fire! Wieso, was ist los, Ponne? Ja, ähm, ja, genau. Ja, wieso kann ich dich nur einladen, ich will bei deinem Spiel mitmachen. Beitreten, rechts draufklicken, beitreten. Ja, ja. Flushbein. Na ja, haupte einer rumrum. Ich dachte, wer die Bombe dabei hier? Ja. Und einer von hinten, die wo außen laufen. Okay, ich bin im Pommes. Ah, haupteingang. Ponne, schnell, soll ich die einladen? Ja, irgendwie komm ich nicht rein. Wo ist ein Pommes? Wo ist ein Pommes? Vielleicht muss ich das zuerst nochmal ausmachen. Ich seh dich auch gar nicht online, ach doch da. Ähm, zum Spiel einladen. So. Und, hast du ne Einladung? Ja. Das ist ne schöne Einladung, ne? Das ist ne schöne Einladung. Ja, das ist ne schöne Einladung. Biber soll mal rübergehen, der Pisser. Ach, jetzt. Was ist früher schon so dumm? Nein, ne? Doch. Hör auf. Nein, die Leute. Ach, das sind welche. Hä? Ne, doch. Ne. Noch ein Tills. Ich glaube obendrauf sind welche. Ja, wo sind sie denn? Haupteingang oder was? Draußen ist einer. Sneaky Beagle Lake. Bombe liegt draußen vor Haupteingang. Roy kämmt oder was weiß ich was der macht? Der ist in Sam Spawn ganz hinten. Äh, Roy ist am Spawn so. Der, der lebt. Wer ist da? Der wird in der Dessert umgelegt. Free Kills. Nanananananana, Free Kills. Ne, der warte. Der in einer blauen Wand. Irgendwo bei linken Seite. Nix. Ich kann immer nicht drücken F2 oder F1. Das geht immer nicht. Das geht immer noch. Let's give it to them boys. Alter, yeah. Impuls gegen den Rest der Welt. So muss das sein. Ich guck draußen mit Sniper. Alles EGF. Kommt schon was? Ja, draußen. Einer. Ist er hinterm roten oder wo ist er? Ah ja, hinterm roten. Ja. Ich war zu lahm. So, dann gucken wir mal, was der Ponne hier so macht. Ja, wo sind die denn bitte? Alte Camper-Sau. Hier, hol dir erstmal den Free Kills. Hä? Ach, Ponne, das war ja peinlich. Ja, war es ein bisschen. Da draußen ist noch einer. Am Harz. Der ist im Harz. Und gehen nach unten. Was ist für dich der Harz? Nach draußen der... Ach, der andere Container oder? Also die andere Halle. Mhm. Ja. Warum Harz? Da steht riesengroß Harz doch. Ne, das ist mir zu hart. Das ist mir zu hart. Das ist mir zu hart. Wohne, Wohne nicht schwächeln. Nicht schwächeln. Hm. Ne, der steht wieder am Spawn. Ja. Spiele mit Contourer oder so? Weiß ich nicht. Ah, jetzt lebt er, jetzt komm da. Oh, ich glaube ich muss mal kurz die Aufnahme beenden und neu starten. So, ich starte eine neue Aufnahme. Impuls immer noch am Start. Vollhaken. Ja. Ich kann kein F1 drücken, das bringt nichts. Na endlich, Ave. Ave Maria? Aber sowas von. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ah, roter Container. Zwei Pisser, die mich ficken wollen. Ciao, Alter. Uhhh. User disconnected from your channel. Ja, Ciao, Ponne, ne? Ne, Ciao, Ponne. Boah, du ist weg. Nee, dass immer bei dir dabei geht. Aber immer dieses Ciao, Alter. Weißt du? Und dann ist er weg. Er ist so imbar. Virus wäre funker, wenn ich sagen würde, dass von hinten einer kommt, oder? Ja, ich hab mich schon gehört. Ist gut. Man hört echt gut in dem Spiel, muss ich sagen. Haben sie noch mal ein bisschen was gemacht, habe ich das Gefühl. Oh, wir haben schon Bots. Juhu, man hat ein Leben extra. Ah, Schatz. Danke. Warum stirbt er denn nicht? 61 in zwei Treffern. Fick dich! Ronin auf dem A-Bombs-Platz. So viel kann ich ja sagen. Wer lebt noch von uns? Ach, hier, Billy. Ja? Die Bombe ist unten gelegt. Ich gehe den an. Ach, Billy. Ach, was soll das denn? Also du musstest doch wenigstens rausreißen, wenn wir nicht in der Lage dazu sind. Ich bin da nicht in der Lage. Scheiße, wir werden uns nicht in der Lage erwachen. Ich weiß gar nicht, womit ich rumlaufen soll. Ach, die Bison, die war eigentlich nicht ganz cool. Wenn man wenig Geld hat, ne, ist die Bison eigentlich ganz fetzig. Herr Virus. Ja? Ja. Brauchst doch Bestätigung dafür. Die Scheiße. Ja. Ich bin auch in den Schuh. Hä? Was? Also wie schnell sind die denn gerade? Die kommen irgendwie, weiß ich nicht. Die waren gerade Pommes. What? Aber Bombe liegt bei mir. Ah. Im Harz. Ich dachte, ich warte noch ein bisschen. Ja, der ist im Band, ne? Ich dachte, ich warte ein bisschen chillig, ne? Bis da jetzt mal ein bisschen vorbei. Ich bin schon Pommes, durch. Ja, Roland ist weg, sauber. Hab ich gern gemacht, hab ich gern gemacht, Leute. Ich bin auch in den Schuh. Ja, 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 ja. Meisterkinder der Däther. Oh mein Gott, jetzt sehen ja alle Zuschauer, wie ich aussehe auf dem Bild. Oh mein Gott. Das ist doch ein Geheimnis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Groschen. Oh mein Groschen. Das kennen die Kinder von heute ja gar nicht mehr in Groschen. Ja. Ronin hinter der Buchse. Jetzt Ronin da vorne. Jetzt Ronin legen. Jetzt Ronin killen. Oh. Oh, ist das dicht da oder was? Oh, ah. Oh, no, ah. Ach so, ich will ja nicht verraten, dass der Unfall ist. Oh, aber es könnte was von oben kommen. Oh, da, da, da war's. Da. Ja, aber Ponne, das dürfen wir doch nicht verraten. Ich mein jetzt, ich hab ja nur gesagt, ich hab ja nur gesagt, ich hab ja nur gesagt, ich hab ja nicht gedacht, dass es kommen. Er wird von rechts angeschossen, schießt aber erstmal eiskalt nach vorne. Oh, no, no. Und das wird man schon treffen. Treff grad gar nicht. Ja, mir geht's auch nicht besser. Let's go. Ah, doch, du triffst da nicht was. 11 Kills hier. Ich bin fast so cool wie Ronin. Der Barbar. Hier kommt einer mit hinten durch den Gang. Ja, wir prügeln uns drum im Echse schon, ne? Throw in a grenade. Da ist einer. Grenade up. Er hat auf A gelegt. Ah, da ist auch einer. Ah, scheiße, doch weiter an der Seite. Ah, schau. Oh, ich muss noch. Das ist cool in France. Wir müssen ihn töten. Ronin ist nicht im Haupteingang. Tschüss, rechte. Alter, der ist echt hardcore, der Ronin. Kann man da hinschreiben, ey, Ronin, mach Hacks aus, ey, du Mutterficker. So was schreibt man doch bei Counter-Strike, oder nicht? Ach ja, doch, ja, doch. Ja, ja, ich hab deine Mutter genagelt und sie war total nett zu dir und so. Ach, keine Ahnung. Ich find die Kiste ist voll scheiße angebracht zum runtergehen. Was? Wie war der... Ey, wie schnell ist der denn bitte da? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Danke. Hey, Ponne, du hast einen Bot gekillt. Bot. Ponne im Harz. Hinterm Harz. Ne, wo war er denn gerade? Ach, ich schieße euch gegenseitig an die Idioten. Also der letzte, ne? Ich könnt's ja verraten, ne? Boah, wenn du das machen würdest... Ne, Rampe geht jetzt zu Sporträumen. Und, äh, ist jetzt am Catwalk leider hoch. Ist Catwalk oben. Ist jetzt auf A. Oben Cat. Ja. Ja, da ist A. Ah, ja, ja. So, aber, aber jetzt hören wir auf mit dem Schummeln, ne? Jetzt, jetzt müssen wir mal aufhören. Jetzt müssen wir mal ernsthaft gehen. Ich find's ja schon gut, ähm, das Ponne hier... Oh, wo hab ich denn meine Billigwaffen? Ah, da ist ein Billigwaffen. Das ist der Schublade. Das ist der Ponne als einziger mit Impuls hier vom Namen. Durch die Gegend rennen. Wir anderen nicht, dadurch fällt's nicht auf. Ronin, du Fotze. Hä? Alter, da ist noch einer auf A. Ah, da ist noch einer... Höh? Oh, wow. Nein, an den... Anbombenplatz. Mehr kann ich nicht sagen. Alles andere wär gefaked. Spawn, Alter. Spawn hat eine... Der hat... Alter, krass, wie er da durch... Wie bitte? Was mit meiner DZ-Woche? Der hätt ich so ne kleinen Idee. Ja. Und dann dürfen wir am Abend noch so viel gucken. Aber wenn ich das jetzt aber sage, dann hab ich's ja verraten. Ja, ne, dann verrat's nicht. Aber ich vergesse bestimmt, kennst mich ja. Ja, schreib mir in WhatsApp, du bist doch tot, oder nicht? Ja. Ja. Aber die Aufnahme hier, die musst du einfach dann hinschreiben in YouTube. Daisy Spezial. Ja, genau. Uns wenigstens ein paar. Warum, da liegt es. Das Alex Wichsen. Alex Wichsen. Ja, Mann. Wie kann man sich denn so beschissen nennen? Nein, dieses ist Alex. Alex, oh ne Scheiß, wer nennt sich denn Alex? Okay, also mit Ronin muss ich jetzt mal andersrum gehen, hab ich jetzt gemerkt. Haupteingang, glaub ich, ist ganz gut. Runden bei B. Nee, oben auf A ging noch irgendwas, da ist doch Ronin. Ah, fuck. Runden B. Bombe, ohne Diebe. Und in so n'kann. Ich hab Ronin. Oh, verdammt. Unkenntnis, auch noch. Coolen Friends, Alter. Coolen Friends. Ernst? Seh jemand noch bei der Bombe? Äh, hinter der, hinter der Tür. Da, da kommt jetzt einer. Vielleicht schafft es... Oh, eine Sekunde. Das war aber wie bei Ritchie. Wie bei Ritchie ist so dumm, ey. Entscheidungsrunde, wir müssen uns, wir müssen uns ranhalten. Jetzt müssen wir wieder, jetzt müssen wir wieder mit Taktik schneiden. Ich hab mir jetzt nur ne Farmers leistet, das ist voll dumm. Ich hab ne Automatik-Sniper. Ronin ist schon A unten. Äh, 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 oben, äh, oben ist er. Ah, fuck Pommes. Coolen Friends. Okay, wir wollen die Runde ja nicht verlieren, ne? Der ist auf der Rampe. Und der andere ist hinten in dem Raum drin. Los, mach's kaputt. Unten bei B. Unten, Mann, Leute, unten. Ah. Yo, Ramping, hier runter, 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 runter. Oh, Alter. Pack den, pack den hier. Yo, 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 yo. Weiter, weiter, weiter. Und der andere ist noch im Raum. Einer defused, einer schießt. Links. Links? Die Bombe, die Bombe, die Bombe. Da ist der Raum. Hillbilly, da, der Raum, der Raum, der Raum. Der ist hier. Oh. Ich dachte, er wäre links. Ich dachte, er wäre links. Ich dachte, er wäre links oder so. Hey, Willi, wie kannst du nur? Okay, was spielen wir jetzt? Atze. Was? Nein. Oh, nein. Jetzt sind alle bei Atze drauf. Ich will nicht zu Atze. Da gibt es sogar einen Fall mehr als erlaubt.